Ja, kann ich nur raten... Scheiße... Ist nicht dabei... Was ist das denn für eine Art Scheiße? Boah, Entschuldigung, ja... Entschuldigung, wer ist das? Kann ich nur raten... Ja? Ich, ähm... Ey, keine Idee, kann ich auch nur raten. Ist halt so... Ich weiß auch nichts mehr. Was ist das denn? Ich weiß nichts mehr. Äh... In welchem Land stand in diesem Jahr aufgrund von Formfehlern gleich mehrfach eine Präsidentschaftswahl an, bei der schließlich Alexander van der Bellen als Wahlsieger hervorgehen? Holland hätte ich jetzt wieder... Ja, ich muss gerade wieder stärken. Ja, ich... Ach... Ach... Bitte mach... Sag was, sag was... Ja, ja... Frauke Petri, AfD... Ich sag jetzt mal was ganz Doofes... R2, D2... Ja, ich muss nur zwischen den beiden Namen! Ah, okay, okay... Alles gut, alles gut! Alles gut! Oh, Mann, hey... Ich hab auch keine Ahnung davon, ey... Horst Seehofer! Ist dann so, scheißegal! Ich hab auch keine Ahnung... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht... Ich hab Angst! Avantar! Überleg, Thorsten, komm!